Misstrauen führt zur eigenen Wahrheit, die natürlich begrenzt ist. Eine eigene Wahrheit kann immer nur begrenzt sein, weil es eben nur deine eigene Wahrheit ist oder deine eigenen Wahrheiten sind. Also das berühmte Misstrauen, das wir als Menschen ja immer wieder bekommen können. Wenn ich misstrauisch bin, dann traue ich niemanden so recht. Dann traue ich keiner Sache so recht. Alles ist irgendwie suspekt, alles ist irgendwie hintergründig und ich kann es nicht durchschauen. Ich begreife es einfach nicht oder ich begreife es einseitig mit meiner irrationalen Meinung, die ich darüber habe. Der Höhepunkt eines Misstrauens ist durchaus die Paranoia, also der Wahn. Und wahnhaft heißt einfach, ich habe eine vollkommen falsche, unkorrigierbare Meinung oder Überzeugung von etwas. Und auf dem Höhepunkt ist es tatsächlich unkorrigierbar. Das heißt, hier herrscht ein absolutes Misstrauen, wo nichts mehr anderes möglich ist. Und dann bin ich nur noch in meiner eigenen Wahrheit gefangen. Misstrauen ist aber über die Paranoia, die ein maximaler Zustand, ein maximal psychotischer Zustand ist, auch oft auf dem Nicht-Paranoia-Gebiet vorhanden, also der Nicht-Strukturstörung, der Nicht-Psychose vorhanden. Und das bedeutet, dass Menschen immer wieder auch Misstrauen haben. Wann bekommen wir Misstrauen als Menschen? Tatsächlich, wenn wir etwas nicht durchschauen. Wenn wir etwas nicht durchschauen und deswegen eigentlich auf ein Vertrauen angewiesen sind. Wir müssen vertrauen, dass wir den Weg finden, wenn wir wandern und nicht genau wissen, wo wir sind. Wir müssen dem Menschen vertrauen, der uns jetzt etwas sagt, der uns etwas erzählt, der uns von etwas überzeugen will, der eine Expertenmeinung hat. Und Expertenmeinungen sind sehr verbreitet, zu sagen, na, es ist ein Spezialist, egal ob Medizin oder Kunstgeschichte, und wir müssen dem vertrauen. Und die Frage ist, schenken wir einem Menschen Vertrauen oder schenken wir ihm Nicht-Vertrauen? Und das hängt natürlich von der Begegnung ab. Das hängt vom Bezug ab. Was passiert jetzt, wenn ich diesem Menschen begegne? Wie überzeugt er mich? Oder wie kommt er überhaupt bei mir an, ganz intuitiv an? Und wie reagiere ich auf ihn entsprechend? Also ist er sympathisch oder unsympathisch? Ist er suspekt oder möchte ich ihn haben? Möchte ich ihn tatsächlich als Kumpel haben, als Freundin, als Partner und so weiter? Das sind also alles Faktoren, die dazu führen, ob wir Vertrauen haben oder nicht haben. Ich proklamiere mal, dass in der heutigen Zeit der Anlass für ein Nicht-Vertrauen durchaus verbreitet ist. Wir merken immer wieder, Menschen wollen uns in Verkaufsgesprächen zu etwas bringen. Sie wollen uns tatsächlich nur etwas verkaufen. Und wir durchschauen das zumindest intuitiv sehr gut in solchen Gesprächen und denken, mein Gott, was mühst du dich da gerade ab? Und was brummst du mir für eine Sprache auf, damit ich dein Produkt kaufe? Und dann nehmen wir innerlich Abstand und gehen weiter. Dann kommt der Nächste und dann erleben wir das auf eine andere Art und Weise, aber ganz ähnlich und wir haben diese Empfindung. Das führt dazu, dass man sich zurückzieht innerlich und denkt, naja Gott, da mache ich eben was anderes, dem traue ich nicht. Und dieses andere Machen ist ja dann eigentlich etwas sehr Natürliches, zu sagen, wenn ich der Welt nicht vertrauen kann, in der ich jetzt bin, und die mir begegnet, dann mache ich eben das eigene. Weil von dem eigenen weiß ich auf jeden Fall, dass ich dem trauen kann, dass das funktioniert, dass das ein Weg ist, dass ich mir selbst am besten vertrauen kann tatsächlich. Und dann führt das dann zu einem Rückzug, dann führt es dazu, dass man zum Eigenbrödler wird, dass man sein eigenes macht, dass man eine eigene Meinung vertritt, dass man sich zurückhält in einer gewissen Öffentlichkeit mit seiner Auffassung zu etwas, was aber sein Ding macht. Das heißt ja von diesem Spruch, sein Ding zu machen. Und dann bist du also in deiner eigenen Wahrheit. Und deine eigene Wahrheit, die funktioniert ganz gut, bist zu einem gewissen Maße, wo es darum geht, was machst du für dich selber und wie bist du mit dir selbst, wie machst du das mit dir selbst, wie handelst du das. Wenn du aber dann mit anderen Menschen zusammenkommst und wieder zusammentriffst, dann hat das durchaus Grenzen. Dann musst du ja wieder vertrauen. Und dieses Trauen ist dann sehr wichtig. Du musst Vertrauen schenken. Und wenn du kein Vertrauen schenkst, ich kann nicht alles durchblicken, du kannst nicht alles wissen, du kannst nicht alles vorahnen und als Möglichkeit wähnen. Und all das, trotz aller Fähigkeiten, die wir in unserem Assoziationsvermögen als Menschen haben, dann hast du ein Problem. Dann bist du wieder argwöhnisch und misstrauisch und gehst wieder zu deiner eigenen Wahrheit zurück. In der heutigen Zeit haben wir ja vieles an Wissen. Wir haben vieles an Informationen. Wir haben mehr Informationen, als wir je hatten, als wir je auch dachten, dass es möglich ist. Ein schier unendlicher Raum oder unendlich wirkender Raum von Möglichkeiten. Wo immer wieder die Frage auftaucht, wem oder was kann ich trauen, welche Auffassung, welcher Meinung, welchem Experten. Und die Experten schlagen sich darum, wer ist der Beste, wer ist der Relevanteste, wer hat wirklich evidenterweise etwas zu sagen und wer nicht und all das. Und natürlich ist durch diese Vielfalt bedingt, dass ich selektieren muss, dass ich auswählen muss, was ist für mich vertrauenswürdig und was eben nicht. Und dann kommt dieses Ranking, ja, das ist die Möglichkeit. Und dadurch kannst du sehen, ob das eine Wahrheit ist und all diese Geschichten. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Die wirkliche Realität sieht so aus, dass du letztendlich darauf angewiesen bist, ganz intuitiv und schier mit dem, was du bist, kann ich einer Sache vertrauen, einem Menschen vertrauen, einer These vertrauen, einer Auffassung, einer sogenannten Wahrheit oder möglichen Wahrheit vertrauen, indem du ganz subjektiv wertest. Und da ist es oft so, dass wir dann durch diese Überforderung der Wissensinformation und der Wissensfülle ganz subjektiv reagieren in unsere Eigenart. Und unsere Eigenart eben dazu führt, dass wir dieser Auffassung sind oder dass wir jener Auffassung sind und dass wir dem Rest mehr oder minder misstrauen. Und das Misstrauen ist ein wichtiger Faktor. Wenn ich allem ganz blind und naiv vertrauen würde, dann hätte ich sehr schlechte Karten als Wesen, als Mensch, als Katze, als Hund, egal wer. Also es ist sehr wichtig, bei Tieren kann man das sehr gut sehen, dass die jemandem nicht vertrauen. Eine Katze nähert sich dir an und die findet dich interessant und findet die Begegnung schon interessant. Aber wenn du dann zu nah trittst oder zu schnell bist oder sie nur liebkosen willst und all das, dann entzieht sich die Katze dir, weil sie einfach schlichtweg ein natürliches, gutes Misstrauen hat. Denn sie kann nicht wissen, ob da ein Fänger unterwegs ist und all die Geschichten. Aber sie ahnt zu etwas, also sie ist vorsichtig. Das heißt, Misstrauen und Vorsicht sind in unserem Leben grundlegend. Wir müssen vorsichtig sein. Was ist möglich und was ist nicht möglich? Zu Not komme ich immer wieder zu meiner inneren Wahrheit, zu meiner inneren Einstellung zu etwas und damit zu meiner inneren Bewertung und Wertung der ganzen Welt und all der Deutungsmöglichkeiten, die es gibt. Und dann bin ich auf mich angewiesen, weil ich bin es, der entsprechend da ist und der tatsächlich entscheidet, ob etwas geht oder ob etwas nicht geht. Andererseits ist es eben so, wenn ich dann zu einseitig auf mich bezogen bin, dann verkenne ich, dass es schon längst Wahrheiten gibt und auch schon längst Vertrauen gibt, dem ich mich auch hingeben könnte, aber ich weiß es einfach nicht, weil ich eben auf meinem Standpunkt wahre und weil ich in meiner relativen Isolation bin und dadurch entstehen dann Probleme. Und um nochmal darauf zu kommen als Kulturphänomen, wir haben sehr viel Wissen, das da ist, wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir haben sehr viel Prozederes, wir haben sehr viel Technik, wir haben einen starken Materialismus, wir haben Ideologien, wir haben Spiritualität, wir haben Glaubensrichtungen und so weiter. Und wo ist die Orientierung für einen Mensch heutzutage? Den Menschen bleibt ja gar nichts anderes übrig, als sich nur selektiv oder fragmentarisch zu informieren und aus diesen Fragmenten, ob sie jetzt mehr sind oder ob sie weniger sind, etwas zusammenzubauen in ihrer eigenen Wahrheit, letztendlichen dazu Stellung zu nehmen und damit dann eben zu agieren. Aber die absolute Wahrheit oder das absolute Wissen, die absolute Richtigkeit, wie auch die absolute Falschheit, gibt es in dem Sinne nicht. Insofern ist das Misstrauen natürlich immer als Phänomen vorhanden. Und Misstrauen entsteht natürlich auch deswegen, weil wir immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass wir jemandem vertraut haben und er hat unser Vertrauen gebrochen. Er hat es nicht gehalten. Er hat uns beschissen. Er hat uns übers Ohr gehauen. Er hat uns als Partner betrogen, als Partnerin. Er hat nicht das gehalten, was wir uns von ihm versprochen haben, naiverweise vielleicht. Oder er hat uns ein Versprechen gegeben, das er nicht eingehalten hat. Aber meistens ist es so, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden, weil unsere Erwartungen einseitig hoch und einseitig extrem gewesen sind und deswegen die Probleme auftauchten. All das hat mit dem Phänomen der Wahrheit, der inneren Wahrheit, der eigenen Wahrheit und Misstrauen zu tun. Und wie gesagt, wenn ich sehr misstraue, dann steigere ich mich und isoliere mich in einer ganz eigenen Welt, in eben der Paranoia-Welt, in der Welt des Wahns, der unkorrigierbaren, einseitigen Auffassung von etwas, der falschen, einseitigen, unkorrigierbaren Auffassung von etwas. Und da bin ich nur für mich in dieser Welt und ich denke nur noch in diesen Koordinaten. Und nichts anderes öffnet sich mir. Ich traue keinem anderen mehr. Und ich traue deswegen nicht, weil ich Angst habe. Letztendlich habe ich Angst. Letztendlich habe ich Angst davor, mich zu verlieren, etwas zu verlieren, meinen Besitz zu verlieren, angegriffen zu werden, meine Integrität zu verlieren und all das. Und das sind natürlich wichtige, dynamische Zusammenhänge.